Hallöchen meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute möchten wir euch von Lego Minecraft den Panda Kindergarten vorstellen. Ab sieben Jahren, Setnummer ist die 21158. Das Set ist aus dem Jahr 2020, enthält 204 Teile und die UVP müsste bei 20 Euro gelegen haben. Wir haben das hier bei den Prime Days im Juli bestellt und freuen uns, dass wir noch eins bekommen haben. Ein Grozelot, ein großer und ein kleiner Panda, ein Fisch. Hallo Finba. Hallo. Die Bienenfarm? Nein. Der Panda Kindergarten? Ja. Juchu. Kann ich das doch abnehmen? Ja. Oh, ist der niedlich. Vier 6x12er Platten. Drei in grün und eine in blau. Anleitung. Zwei der Gründe, warum ich Lego Minecraft liebe. Erstens, gescheite Steine. Also da, wo man noch was in der Hand hat. Und zweitens, keine Sticke, nur Drucke. Du darfst bauen. Oh yeah. Du darfst bauen. Du darfst bauen. Dann, drin. Du darfst bauen. Du darfst bauen. Also da, wo man noch. Und da, wo man noch mit dir will. Dann, kriege ich da. Ich bin nehm, da. Sch perturbe. Das ist das, was mir auch immer drauf. Und zweitens, eine hier. Dus ich habe mir wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020